Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm. So, let's go! Du hast Dünger, ich brauche dich erschicken. Wo ist Dünger los? So, ich brauche jetzt mal. Du musst nämlich bestimmt wieder voll machen die Silos. Äh, ja die Bunker und ja auch BGA und Co. Die sind bestimmt alle wieder leer. Das ist jetzt leer aus. Wieder drei. Ein Stück. So, rauswerfen. Okay. Platz. Vers fish ~! Aber Top Beե �31 Alright, wir haben drei. Zugckechen Masi um den Ort. Vielen Dank ich zwar nicht. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 11. 12. 13. 11. 14. 12. 13. Und sie haben dort einfach dagegen gedengelt hier. Das ist Lenkachse. Maaaannn. Ich hab doch lieber Bälle geblieben da, ganz ehrlich. Oh, zack. So, wenn man schon mal eins öff. So, gucken wir mal, das wird gut. Einmal Timo. Oh, einer am Ende. So. Okay. So. 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 Weil die Kreuzerfahrt durch den Spalt vom angekippten Fenster durch zu zwängen, warum auch immer. Zuck! Wir machen erstmal die BGA's aus, damit die wieder Geld produzieren. Das ist neugierig. Die Schlüsselmениasti benötigt. Sick. Ich sehe, wie lange wir sich verriegelt haben und fast schon auch verriegelt. Ich weiß nicht, ob es in 12k steht. Sooo! Er ist angekommen. Ich schicke mal da hin. Da hin. Gibt es da. Ich finde es nur gut, dass ich das Werkstatt brauche. Sprit ist immer noch gut. Sooo! Zack! Das läuft, das läuft, das läuft. Das war jetzt so. Das wächst. Das können wir dann morgen, am nächsten Tag werden. Ja, morgen ist übergegeben. Ich habe nicht mehr genug zu tun, da war jetzt so schnell nichts hier mit. So. 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 wo er anfangen wird. Sieht doch schon wieder gut aus mit der Kohle. Ich will schon wieder hunderts losgequetschtes. So, du hast... ...57. ...50. Und wo ist? Wo ist? Ja. Noch mal... ...maximum in 6 Stück auswerfen. Zack. Hi. Das zeigt Verkaufmacher dann am nächsten Tag, würde ich sagen. ... 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 Die sind nicht gedüngt, gut. Das dauert noch ewig in 3 Tage. Gucken wie weit meine Wiesen sind. Was? Ja, und so weit. Okay. Muss ja mal geguckt werden. Ich fahre meinen offiziellen Weg. Ich fahre meinen offiziellen Weg. Ich fahre meinen offiziellen Weg. Der ist vor mir grad. Der ist unweit vor mir. Der Traktor. Der Traktor. Der muss dort vom Einbiegen sein. Der ist nur los. Und die kommen? Komm Quilcher hoch. Mache Wallung jetzt hier. Ballett. Mache Wallung jetzt hier. Mache Wallung. Das war's für heute. So, da haben wir schon mal die Pflanze dort anfangen auszubringen. So, da sind wir vorbei, sind kurz hingeliebt. Ah, wo ist denn du hin, du Klaus? Ja, wo ist denn 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 du Klaus? So, ich sehe gerade, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.